Die Grünen äußern ihren Unmut bezüglich des Smartmeters, bezüglich Datenschutz und der Fernabschaltung oder Fernänderung der Einstellungen. Was sagen Sie dazu? Ja, die Smartmeters sind ein umstrittenes Thema, das ist mir bewusst. Ich persönlich bin da auch skeptisch, aber man muss schon noch sagen, wenn man auf erneuerbare Energie setzt, also auf Energie, die vor allem vom Wetter abhängig ist, dann wird man auf diese modernen Einrichtungen, auf diese Smartmeter angewiesen sein, weil es ja darum geht, das Gleichgewicht im Stromnetz halten zu können. Also da sollten gerade die Grünen auch ihren Standpunkt dahingehend überlegen, dass sie einerseits die erneuerbaren Energien forcieren wollen, aber auf der anderen Seite dann die technischen Einrichtungen, die es braucht, um das zu gewährleisten, ablehnen, das ist nicht ganz schlüssig.